Die Klasse 6b ist auf dem Weg zur Borg-Erkundung. Wir sind da. Wow, Lisa, das sieht aber schön aus. Ja, da hast du recht. Aussteigen und nichts vergessen. Herr Mayer, wir werden schon nichts vergessen. Los kommt schon. Worauf wartet ihr? Geht jetzt bald mal los. Vielen Dank für die Fahrt. Was war das? Gehen wir nachsehen. Okay, aber bleibt zusammen. Das sind ja nur Tiere. Habe ich mich jetzt erschrocken. Na dann, lass uns die Führung beenden.